Wir stehen hier im Grazer Griesplatz, wo am Wochenende, dem Samstag, dem 18. April, über 1000 Aktivistinnen und Aktivisten erwartet werden, die gemeinsam gegen das Freihandelsabkommen TTIP ein Zeichen setzen wollen. Getragen wird dieser Aktionstag von mehreren Bürgerinneninitiativen, Vereinen, NGOs und anderen Organisationen sowie den drei Grazer Gemeinderatsparteien KPÖ, Grüne und natürlich der Piratenpartei. Wir versammeln uns hier am Griesplatz am 18. April um 14.30 Uhr und werden gemeinsam in die Innenstadt ziehen und so ein kraftvolles Zeichen gegen Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA oder TISA setzen. Hinkommen lohnt sich. 2. 2. 3. 3. 3. 4.